hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video das jahr hat gerade erst begonnen doch die brunne schaut nach innerheim kalifornien dort findet wie jedes jahr die nam show statt einer der wichtigsten messen für musik und lichtequipment neben der pro light und sound in diesem kurzen newsflash gibt es schon mal ein paar highlights von ausgewählten hersteller bevor die name überhaupt startete sorgte den dj mit dem launch seines flagschiffes sc 5000 für aufsehen in den sozialen netzwerken mit seinem 7 zoll multi touch display sowie der einfachen bedienung begeisterte er die zielgruppe das video zeigt vieles der features schon im detail die frage ist ob dieser player zu einem echten peinblick klar werden kann was meint ihr auch merken dj präsentiert auf der messe mehr als 25 neue produkte unter anderem den visi bsd 300 ein hybrid moving hat mit 300 watt led leistung dieser glänzt im b-mode mit 1 bis 9 grad im sport modus 10 bis 20 grad und im waschen modus 12 bis 23 grad abständlich ich denke dass sich dieser moving hat gut für semi-pustionelle fra-firmen eignet ich freue mich jetzt schon mehr diesen auf der pro leiden sound 2017 in frankfurt näher anschauen zu dürfen ein weiteres produkt von adj sind die boomboxen dies sind kompakte 4 in 1 effekte welche sich besonders für djs eignen der trend geht bei vielen herstellern jetzt in die richtung kombi effekte ich bin gespannt was noch für neue kombi effekte auf dem markt erscheinen werden unter anderem stellt auch rcf mit seiner neuen dj marke mixers den primo controller vor ein zwei kanalmixer für serato dj welche zum beispiel mit seinen 16 rgb performance backdance sowie der möglichkeit diesen auch als stand-alone mischer zu nutzen ähnlich wie beim pionier color fx lassen sich auch hier in jedem kanal filter noise crash und gate hinzufügen dies lässt dem dj volle freiheit in seiner mixing kreativität auch von cameo gibt es diesmal wieder produkt news diese präsentieren die zenith serie welche mit ip65 ein professionell begleiter im außenbereich ist beim zenith p130 und p40 lassen sich mittels streuscheiben unterschiedliche abstrahlwinkel realisieren beim zenith z120 hingegen lässt sich dies bequem über den motor sohn in einem bereich von 7 bis 55 grad verstellen je nachdem welche strahlen art gerade gewünscht ist dies war ein kurzes news flash video zur nähen weiter von den links findet ihr in der beschreibung welches produkt ist euer highlight der diesjährigen namen schreibt es mir unten in die kommentare ich freue mich drauf und wie immer am ende sage ich practice enjoy